Hey Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Change Part 100. Endlich nach langem Warten sind wir wieder da. Wir? Ja, tatsächlich. Guckt euch mal um. Hallihallo. Servus. Hallo Leute. Ja, wir sind wirklich zu viert, haben wir es geschafft auf einen Server zu gehen. Und jetzt werden wir den Part 100, den Part 100 des erfolgreichsten Projekts, das YouTube je gesehen hat, zusammen aufnehmen. Naja, fast erfolgreich, würde ich mal sagen. Das erfolgreichste seiner Art. Richtig. Und das bekannteste seiner Art und überhaupt. Das einzigste seiner Art. Naja, nicht der einzigste. Wir haben uns überlegt, dass wir jetzt einfach eine Viertelstunde lang zusammen, jeder Einzelne an seiner Arbeit nachgeht und wir gucken mal, was wir zu viert, zu einer Viertelstunde reißen können. Nix. Super, nicht viel. Ich habe nämlich nichts eingestecken. Ich auch nicht. Ich behaupte nämlich gerade. Ey, seit wann ist die Treppe denn hier? Die habe ich beim letzten Mal hingestellt. Echt? Ich glaube, ich habe irgendwas verpasst. Man kann ja nicht weiter nach oben bauen. Oh, ich habe ein Problem. Ich will einen Pilz bauen und weiß nicht, wie der Pilz aussieht. Da muss ich das Pilzbild öffnen. Ich gehe die andere Leute durch. Ich gehe die Sache, die ich schon lange machen sollte. Ich mache das Cobblestone hier weg. Ich mache das Cobblestone hier weg? Wo ist die hier? Ja. Überall hier oben bei uns. Gleich vergreift er sich wieder mal eine Brücke da oben. Äh, dieser Messer. Ja, Cobblestone für den Arsch. Ich habe keine Baurechte. Was? Warte, 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 warte. Wie war das? Ich habe keine Baurechte. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Leute, warte, warte, warte. Ja, ich bin jetzt okay. Ich habe auch keine Rechte, den Block wegzuhauen. Ich habe trotzdem keine Baurechte. Ja, meine ich ja. Könnt ihr, könnt ihr jetzt bauen? Ja, nein. Nein. Leute, das war alles geplant. Keine Sorge. Klar, also. Ich gucke mir jetzt einfach mal an, wie der Pilz so aussehen könnte. Wenn er denn könnte. Lass uns die Pilz anschauen. Aber fliegen könnt ihr euch noch. Hey, es geht. Hey, es geht. Hey, es geht. Hey, es geht. Was denn? Wink mal. Nix. U. Mann, ich will Glöcke setzen. Ich will welche wegmachen. So. Du schaffst es, Kate. Jetzt machen wir nochmal alle gemeinsam die Augen zu. Und gucken einfach mal ein paar Sekunden weg. Okay. Denn, ähm, nur weggucken. Ich sag, wenn ihr wieder gucken könnt. Okay. Uuut. Pst, 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 pst. Ihr sollt nicht gucken. Oh, sorry. Ich gucke nicht. Verdammt. Connection refused. Du sollst doch gar nicht gucken. So, jetzt könnt ihr. Könnt ihr über uns? Ja. Oh, ach doch. Ja, ich kann den bauen. Ja. Juhu. Juhu. Ah, Creeper, Creeper. So ein Glück konnten wir schon von Anfang an bauen. Das wäre was gewesen. Wo ist, wo ist Robin? Moment mal. Oh, die Sonne geht unter. Höhöh. Oh, und es ist nicht auf Peaceful. Hups. Ich bin at home. Ach, da hinten. Ich seh, da kann ich kein Flüchten. Ja, die Sonne geht unter. Ich hab Angst. Flüchten vor was? Vor den Viechern? Die helfen. Haben wir jetzt Monster an oder nicht? Ja. Ja, dann flüchten. Schlafen gehen. Schlafen gehen. Okay, das ist gut. Das ist gut, das ist gut Idee. Das ist noch ein Inventar. Wir können ja gleich mal ein bisschen verteilen. Oh. Was ist denn jetzt los? Ah. Das tut meine Tastatur nicht mehr oder was? Also ich hab eh nur Wolle. Ich kann niemandem drücken, was geben. Oh, oh, oh. So, alle hopp, hopp in die Falle, los. Wie, wir gehen doch jetzt nicht zu viert in ein Bett. Ja, nee. Wir haben doch jeder sein eigenes Bett, Mensch. Bleibt doch mal ruhig. Easy going. So. Wetten, dass das Bett wieder rumbackt, wenn ich da reingehen? Na, toll. Ich hab das Doppelbett. Jetzt muss ich ja nicht mehr gucken. Ich trau mich nicht. Ähm. Ich trau mich nicht. Also bei mir backt das Bett irgendwie grad rum. Nee, jetzt geht's, jetzt geht's, jetzt geht alles. Ist alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung. Hey, da ist das Leute, was haltet ihr eigentlich von meinem Skate, äh, von meinem Skin? Find ich cool. Ja. Ja. Auch wenn du es nicht ganz so gemacht hast, wie du es machen wolltest. Schau mal den Bruch. Was haben wir noch mit einem Angebot? Wir haben, ich glaub, das ist für Midnight. Was ist für Midnight? Er teilt die Items grad auf. Ja, wir werden mal machen das oben im Park. Im Park. Unter der Brücke. Ich krieg wieder Schaden, weil ich verpennt hab, dass es nicht peaceful an ist. Ey, hier ist meine Items. Der hat ein Zippo in der Hand. Was? Nein. So, Blumen, ah nee. Was brauchst du? Ich fühl mich geschmeichert. Ich hab mal Kappelstone. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich brauch. Irgendwie seid ihr grad leiser geworden. Echt? Ja, nee, eigentlich nicht. Dann bist du wohl einfach nicht so laut geworden. Ich bin laut geworden. Ich kann auch rumschreien, wenn du willst. Ja, okay, schrei mal. Nee, weil dann stellt mich Skype leise. Dann bin ich wirklich leise. Nee, 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 will ich nicht. Ich bin nicht so der Typ dafür. So, jetzt muss ich hier seriös bauen, oh mein Gott. Seriös? Ich glaub, ich komm heute eher nicht zum Bauen. Ich geh jetzt mal Skate-Stalken. Skate-Stalk? Ja, wir stocken. Skate. Ja, stocken euch alle, weil ich der Einzige bin, der sich was vorgenommen hat. Wie immer. Ja, wir nicht. Wir machen das heute. Oh, oh, oh. Ich glaub, ich geh Skate-Häfen. Gib mal, gib mal bitte TNT. Hörst du auf? Wir kriegen hier kein TNT. Aber ich hab Feuer einstecken, das geht auch. Ey, 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 ey. Finger weg. Geht das jetzt? Das verbrennt. Bremnt den Pilz ab. So, ich mach mich mal auf die Suche nach irgendwelcher Arbeit. Alles geht. Hallo. Komm, man hat es in der Hand. Soll ich dich mit orangener Wolle vollkotzen? Äh, uah. Ihr seid eklig. Ihr macht euer Ding da, ihr kotzt euch gegenseitig voll. Ey, sag mal. Hat jemand von euch hier meinen Weg gegrieft? Weg? Weg? Ja, ja, mein Weg hier. Da fehlen zwei Blöcke. Dieser Weg wird kein leichter sein. Wir sind doch keine Griefer. Für was hältst du uns eigentlich? Ich hab Kies gebraucht, deswegen... Du hättest einfach seinen Weg abgebaut. Du hättest auch einfach in die Truhe gucken können. Ich komm mit uns. Ich hab dich mit dir nicht gehabt. Ich verirre mich da immer. Sag mal mit, nein, was machen wir nun? Ähm, ich guck mal, wie jetzt das Häuschen hier gerade mal ist. Glas, ich brauch Glas. Oder Glas. Hier, 17 Glas hast du schon. Ey, ich kann das hier nicht mehr lang machen. Gleich hab ich kein Leben mehr. Was machst du denn? Ich geh die ganze Zeit hier hoch, baue hier hoch und lass mich dann wieder runterfallen. Das ist natürlich sehr klug. Wie wär's denn, wenn wir unsere Treppe hier, die aus Kabelzone ist, mit so Hive-Steps machen? Das ist doch mega... Mega, mega... Elegant. Aua. Ja, elegant. Och je, es wird doch wohl noch reichen, bis hier die nächste Ebene von dem Pilz fertig ist, oder? Soll ich dir Fleisch bringen? Oh, das wär nett. Mach den Fleischboten. Und mach schnell, ich hab nur ein Halbherzen. Aua. Und noch ein Herz. Keine Halbsteps mehr. Ja, ja, ich... Ich hab da extra was gekocht, warte. Ich hab da extra was gekocht. Und noch ein halbes Herz. Wie ich mich hier um den Skate kümmer. Okay, die nächste Ebene des Pilzes ist fertig, aber ich komm hier leider nie wieder lebend runter. Katze, zuständig für die Küche. Ob ich das übernehme bis zu dir? Ob ich das jetzt... Oh, dieser Sprung hier ist... Da... Wahrscheinlich... Wahrscheinlich fand ich so viel Herzen auf dem Weg zu dir, dass ich das ganze Fleisch essen muss. Und wenn ich da bin... Dann darf's grad nochmal gehen. Warte, ich komm dir entgegen. Ich hab's irgendwie überlebt. Auch wenn ich nur noch ein halbes Herz hab. So, Isar, das geht. Ganz schön entgegenkommt. Ach. Herz aller Liebst. Ah ja, was hast du gesagt? Man kann... Man kann mit dem Wasseraufzug nicht mehr nach oben, richtig? Ja, weil der ist irgendwie verbackt seit 1.6. Oh, danke. Meine Rettung. Fleisch. Wie er da abgeht, der hier? Mein Schatz. Jetzt reicht's, man. Das gibt's nicht. Ich brauch keine Zehenfleisch, danke. Der Rest ist also nur Notreserve für Katze. Also, ich bin da gerade ohne Problem hochge... Sogar schneller als vorher. Also, ich hab irgendwas falsch gebaut bei diesem Pilz. Irgendwas stimmt da noch nicht. Habt ihr irgendwie... Kai, ich missbrauche dein Haus als Übergang. Verwöse. 4. Ja. Hä? Was hat mich da falsch gemacht? Über dem Auge geht's runter. Über dem Auge geht's runter? Das hört sich an wie so eine Schatzkarte. Gehe vor dem Auge 2 runter. Geht's 1 nach oben. 4 nach rechts. 2 zurück. Dann nochmal 3. 3 ist der Schatzkarte warm. Was ist denn das? Das sieht total komisch aus. Als hätte ich was vergessen. Ja, nee. Haut doch hin. Was willst du denn? Also, von ihr sieht's gar nicht so schlecht aus. In der Ferne ist alles passend. Nee, ich hab da eine... Eine Seite vergessen. Hä? Nee. Doch. Nee. Doch. Ja, das ist gerade sehr ungut, was ich gerade mache. Ich baue vom Wasserfall aus. Das ist total sinnvoll. Naja, nicht wirklich. Ja. Vielleicht sollte ich... Wir müssen wohl warten, bis Kistens draußen sind. Da kann ich wieder einen vernünftigen Fahrstuhl bauen. Vielleicht sollte ich mich zum ersten Mal im Let's Change irgendwie vorbereiten. Und das beim Part 100. Aber ich hab's auch wieder nicht getan. Ah, ja, es geht. Jetzt seh ich den Fehler. Genau. Da war ich ja... Nee, ne? Ist das bei euch genauso, dass ihr euch nie für Slit Change vorbereitet? Ich glaub, ich bin der Einzige, der das tatsächlich macht. Vorbereiten? Hä? Fremdvorherr. Wie, du bereitest dich echt dafür vor? Ja. Das ist mein einziges Projekt, wo ich mich vorbereite. Nee. Ich glaub's dir nicht. Geht ja gar nicht. Nee. Das sind meine Backstähne. Slit Change ist Improvisation pur. Deswegen schaff ich auch immer, was in meinen Teilen kennst du? Ja, ja. Also ich hab mein Netherdings auch geschafft. Ja, kurz nachdem man in Betten den Spawnpunkt neu setzen konnte. Ja, super. Erinnere mich nochmal dran. Super. Ich kann dir das die ganze Folge vorenthalten, die übrigens in drei Minuten schon wieder vorbei ist. Na, ach Quatsch. Echt? So schnell vorbei. Ja, Part 200 kommt ja dann. Also ich bin ja sowieso dafür. Part 200. Ja, also da wird's gut. Ich brauch einen Lock. Let's change. Haben wir noch euren Locken, mal Bude? Was haben wir noch? Boah, Leute. Der Pilz sieht episch aus. Ich seh episch aus. Ach. Ich hab jetzt genug Pilz gebaut für heute. Ich guck euch jetzt mal zu, was ihr denn heute so Schönes gemacht habt. Als du da bist, ist alles vorbei. Das glaubst du auch nur du. Ich hab noch vier Fleisch, okay? Ich überlebe. Also ich weiß ja wirklich nicht, was ihr machen soll, ne? Ich renne die ganze Zeit hier von... Ja, so geht ja mein Part Orange. Hättet ihr euch vorbereitet? Wie ihr es macht? Ja, ich weiß ja nicht, was ihr machen soll. Also mein Pilz sieht übrigens geil aus. Broadcast Future Park made by... X-King ZX Burn ZX. Burn! Das muss dreimal brennen! Irgend so ein Placken, was nicht geht. Hey, wie ihr brennt meinen Pilz ab? Der nächste Blitz kommt. Nein! Wer hat da bitte schön mit Absicht das Ding kaputt gemacht? Ist das doch nicht gefallen. Wer hat den Boden kaputt gemacht? Psst! Wer hat den Boden kaputt gemacht? Hä, war das denn früher nicht mal aus Cobblestone? Ja, da baut Katze grad dran rum. Ah. Boah, Puppen. Ja, ich bin runtergefallen. Oh, das tut mir leid. Ein Glas. Also nix, nix, nix Sinnvolles können die Leute tun. Hm. Nö. Meine Sachen auch noch holen hier. Überall Cobblestone auf dem Boden verteilt. Der läuft am Käfig. Die braune Katze im Käfig. Hat das überhaupt was genutzt, dass du das Teil hier gebaut hast? Was? Haben wir einen Katzenkäfig? Das müssten wir unbedingt mal noch bauen. Ja. Echt wahr? Jetzt im Käfig. So, und die Katze hält sich grad beim Katzenkäfig auf. Im Katzenkäfig. Was? Keine Katzenkäfige. Der Katzenzwinger. Das, was ihr meint, den Transportkäfiger. Komm, wir machen einen Zwinger-Club auf. Ja. Boah, warte, warte. Ich habe jetzt... Ich werde kein Mitglied. Ich habe jetzt noch ein bisschen Cobblestone. Ich will es nicht, wenn ihr Mitglied seid. Also, Leute, wir müssen wieder aufhören. Wir sind bei 15 Minuten angelangt. Ähm, wie wäre es, wenn ihr das mal wieder heile macht hier? Ui. Das ist denn kaputt. Das will ich erst noch sehen. Bevor wir auffallen, will ich das erst noch sehen. Also... Robin, war's. Könnt ihr uns überlassen? Nein, du bist so runterfliegen heute. Nein. Doch. Ich schon wieder, das habe ich... Weisbar. Das haben wir alle schon hinter uns. Ja, ich auch. Ich war der erste, der, der gerammelt ist. Ja, ich habe es heute hinter mir. Super. Ich bin 20 Mal, bin ich da drüber, so vorbeigerannt an die Löcher und dann bin ich einfach mal rundergerammelt. Also, ich fand's lustig. So, was ist denn so? Wie jetzt? War's das jetzt schon, oder was? Ja, ja. Ja, es wird dunkel. Ich würde einfach mal sagen, Schlafenzeit. Ich habe geschafft, was ich schaffen wollte. Ja, ich habe so gut wie nichts geschafft. Ich will nicht ein Doppelbett. Ja, ich will nicht ein Doppelbett. Ja, Katze, wir kriegen auch nur unser eigenes Zimmer. Kapu hat gerade geschrieben, jetzt blieben die. Ja. Schluss hier. Ja. Stell mir vor allem schon im Kreis auf, genau so. Jeder über sein Doppelbett. Ja, wir geben uns... Oh, warte. So, wir geben uns jetzt ein... Ich hätte euch auch noch Fleisch, wenn ihr wollt. Ja, Fleisch. Das ist das Abendmog. Ah, Fleischpeiche. Buu. Hallo. Ja. Also gut, ich würde sagen, das war dann ein Part 100 mit uns allen zusammen, so ein bisschen als Special. Deswegen auch nochmal sorry, Leute, dass es so scheiße lang gedauert hat, bis wir endlich aufgenommen haben. Aber wir haben eben alle echtes Leben und sowas, glaube ich. Du hast ein echtes Leben? Quatsch. Sorry, ich wollte es nicht sagen. Egal, wir sehen uns auf jeden Fall... The Vote to Change Time? Was? Ja, ich weiß nicht, was das ist. Was ist so ein Buggy? Ja, ja, tschüss, wir sehen uns das nächste Mal bei The Saints. Scheiße. Was? Wie? Let's fail Minecraft. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.